Ja das war gar nicht so schlecht. Im Bar ist der Palz. Starte Ziel auf die Bar-Tür. War das der Palz? Das war einer. Ist wohl ein Witz. Ich hab gedacht es ist so ein Figuren da steht, der die ganze Zeit hat. Ein Alibi, verstehst du? Hey, der Städter bewegt sich dann im Gucken und dann gehst du vorbei, schießt mal in die Badewanne dein Feuer rein und dann schießt er. Also Alibi, die haben immer so eine rote Mütze auf. Fick dich, ich will es nicht hören, du Arschdumpf. Das war der Palz, ich sag noch, Palz ist im Bad und da steht der Palz und du erschießt nicht. Ja deswegen hab ich gesagt, naja das ist ein Alibi, dann muss er in der Badewanne nicht. Ich wollte schon zur Badewanne mal Feuer rein. Das ist ein Alibi. Eieieiei. Also fickt euch, ich geh jetzt ins Bett. Ich hab zwei Kills gemacht. Ich werde diesem Mann animier Ceuk2 in gesetzt. Herr Kürtner aus. Wir schauen wir sehen, ob wir deleIL über das refreshedes Dateshot. Ban alarmen beim neuen Reinerschaft.